Was ist einfach so hier vorbei? Am Grenzordat. Ein Exemplar von einem Grenzordat. Gehen Sie nur schön hinüber in Ihre Heimat. Aha, eine Ausweisungssattel. Aber wohin gehöre ich denn dann bitte? Nirgends. Mösch, mösch, jetzt! Im allgemeinen Staatsgetriebe wird gar oft ein persönliches Schicksalsherritten. Schade. Abrakanabra, Abrakanabra, bin ich nervös. Könnten Sie nicht ein freundliches Wörtchen für mich einlegen? Bei Ihrem lieben Herrn Bräutigam? Nein, ich würde ihn schon hineinlassen. An jeder Grenze. Wer sind denn jetzt der Herr denn eigentlich? Vor Ihnen steht der Chef der Regierung dieses Landes. Wenn uns jetzt dieser Kuh gelingt, kommst du in eine Anstalt, so wahr ich Schmuggli-Tschinski heiße. Die Hauptsache ist, dass wir ihn ergriffen haben, diesen Schmuggli-Tschinski. Ein Mann hin und her und niemand lässt ihn rein. Nur eine Frau könnte mich jetzt mal retten. Ohne Witz. Ja, das ist wahr, das ist ganz klar. Da, 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 da. So könnte es überhaupt nicht gehen, gehen, gehen. Ohne Grenzen, ganz ohne alle Grenzen. Ich sag's dir. Wäre doch das Leben gar nicht schön.